West Highland White Terrier Heute dreht sich alles um den West Highland White Terrier. Ich habe für dich die 10 wichtigsten Fakten zusammengefasst und stelle dir den West Highland White Terrier vor. Bevor es losgeht, noch eine kurze Einleitung. Der West Highland White Terrier, auch liebevoll Westie genannt, ist eine kleine, robuste und selbstbewusste Hunderasse aus Schottland. Mit ihrem charmanten Aussehen, lebhaften Charakter und ihrem starken Willen haben sie die Herzen vieler Hundefreunde erobert. In diesem Hunderasseporträt wirst du mehr über diese entzückende Rasse erfahren und warum sie so viele Menschen begeistert. Geschichte des West Highland White Terriers Der West Highland White Terrier hat seinen Ursprung im 19. Jahrhundert in Schottland. Die Rasse wurde ursprünglich für die Jagd auf Kleinwild, wie Füchse und Otter, gezüchtet. Der Westie ist eine von mehreren Terrierrassen, die aus Schottland stammen, wie zum Beispiel der Carrying Terrier, der Sky Terrier und der Scottish Terrier. Die weiße Fellfarbe des Westies wurde bewusst gezüchtet, um den Hund bei der Jagd besser erkennen zu können. Wesenszüge und Charaktereigenschaften Der West Highland White Terrier ist bekannt für sein selbstbewusstes, energisches und freundliches Wesen. Sie sind intelligent, wachsam und mutig, weshalb sie sich auch als Wachhunde eignen. Westies sind jedoch auch sehr liebevoll und anhänglich, was sie zu einem tollen Familienhund macht. Trotz ihrer kleinen Größe haben sie einen starken Willen und können manchmal stur sein, was eine liebevolle und konsequente Erziehung erfordert. Passt der West Highland White Terrier zu mir? Der Westie ist ein idealer Begleithund und eignet sich sowohl für Familien als auch für Einzelpersonen. Sie kommen gut mit Kindern zurecht und vertragen sich in der Regel auch mit anderen Hunden. Allerdings haben sie einen ausgeprägten Jagdinstinkt und sollten daher vorsichtig mit kleineren Haustieren umgehen. Westies passen sich gut an verschiedene Lebensumstände an, können sowohl in der Stadt als auch auf dem Land leben und benötigen keine großen Wohnräume. Der Preis für einen Westie-Welpen von einem seriösen Züchter liegt zwischen 1000 und 1500 Euro. Wie halte ich einen West Highland White Terrier? Erziehung und Entwicklung des Welpen Westies sind intelligent und lernwillig, was die Erziehung erleichtert. Mit einer liebevollen, konsequenten Erziehung und Sozialisierung werden sie zu treuen und folgsamen Begleitern. Eine positive Verstärkung und Belohnung fördert das Lernen und stärkt die Bindung zwischen Hund und Halter. Zum Thema Hundeerziehung und Welpen habe ich dir unter dem Video noch ein paar Tipps und Empfehlungen verlinkt. Bevor es weitergeht, falls dir dieses Video gefällt, dann abonniere doch den Kanal und du verpasst keine weiteren spannenden Hunde-Videos mehr. So, machen wir weiter. Wie viel Beschäftigung braucht der West Highland White Terrier? Der West Highland White Terrier benötigt tägliche, körperliche und geistige Auslastung. Sie lieben es, draußen herumzutollen, zu spielen und zu schnüffeln. Regelmäßige Spaziergänge und Aktivitäten wie Agility, Obedience oder Apportieren sind eine gute Möglichkeit, den Hund zu beschäftigen und auszulasten. Dennoch sollten Westies nicht überanstrengt werden, da ihre kleinen Körper und kurzen Beine eine gewisse Belastungsgrenze haben. Gesundheit und Pflege Die Fellpflege des West Highland White Terriers ist moderat. Ihr dichtes, doppellagiges Fell sollte regelmäßig gebürstet und getrimmt werden, um Verfilzungen und Hautproblemen vorzubeugen. Achten Sie auch darauf, Ohren und Augen regelmäßig zu kontrollieren und zu reinigen. Westies können anfällig für bestimmte gesundheitliche Probleme sein, wie zum Beispiel Allergien, Hautprobleme, Patellaluxation und verschiedene Augenerkrankungen. Eine verantwortungsvolle Zucht und regelmäßige tierärztliche Untersuchungen können dazu beitragen, das Risiko solcher Erkrankungen zu minimieren. Interessantes und Wissenswertes Der West Highland White Terrier ist eine sehr anpassungsfähige Rasse und eignet sich sowohl für Stadtwohnungen als auch für ländliche Gebiete. Ihre geringe Größe und ihr freundliches Wesen machen sie zu idealen Reisebegleitern und sie sind oft als Hunde in Wohnmobilen oder Booten anzutreffen. In Filmen und Fernsehserien haben Westies bereits mehrere Rollen übernommen. Ein bekanntes Beispiel ist der Westie Jock aus dem Film Lady und der Tramp. Die Beliebtheit des West Highland White Terriers als Filmstar zeigt, wie sehr Menschen von dieser charmanten und liebenswerten Rasse fasziniert sind. Das waren auch schon die wichtigsten Punkte zum West Highland White Terrier. Danke, dass du bis hierhin zugeschaut hast. Bis zum nächsten Mal, deine Hundefreunde von Hunde Fantastisch.